Ja, so gut. So gut, yes. So gut, yes. Was habe ich denn? Wettkombination mit 9,27. Bravo! Ist das richtig? 14. Lamerieger FC Pauli von Eurigis Plus hat in der Gymnastikbühne mit 9,51 angeschlossen. Oh, muss ich Fötchen machen? Monika! Oh, siehst du jetzt? Ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Läuft die schon, Sarah? Ja, ich glaube. Wir fahren weiter und sehen jetzt die Vorführung Gymnastik-Grossfeld von der damaligen und dem Turnverein Solz. Musikprobe bitte! Oh, was? Wir fahren in der Hand. Ahhhh! Wir sind zusammen! Musikprobe Ah, wir sind hier rauskommen. Hey, wir sind schon heute früh. Wollen wir? Komm mal ab, schau. Nein, wir werden noch zu sein. Doch, ich weiß nicht. Hat sie echt geschult? Ich habe schon genommen Katzen und dass muss es jetzt noch zu sein. Ich weiß nicht, wie du es kaltest. Ich bin auch nicht so. Hopsolt! Hopsolt! Okay! Das war's. 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 Das war's.